Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist wieder mal Montag. Heute ist der 5. Dezember 2022. Es ist 7.43 Uhr. Ich bin seit etwas über einer Stunde wach. Der Wecker hat mich geweckt, aber ich bin ja früh ins Bett, von daher alles fit. Was war heute im Adventskalender? Im Funko Pop Adventskalender war heute Sally, sozusagen eine weibliche Frankenstein-Kreatur. Und Frankenstein heißt ja hier, heißt ja, glaube ich, Dr. Finkelstein. Das ist so eine Ente, so eine fiese Ente, die wird bestimmt auch noch kommen. Ja, Sally, die Geliebte von Jack, mit ziemlich pinken Haaren. Aus dem Film erinnere ich mich an sie, mit schwarzen Haaren. Vielleicht ist das ja auch jemand anders. Nee, das muss Sally sein. Der zugenähte Mund, die Augen. Wobei, ist das wirklich Sally? Meine Augen sind nicht so gut. Ich sag jetzt einfach mal, es ist Sally. Ja, ja. Ja, was gibt's zu erzählen, so Sally? Stell dich mal zu den anderen. Wochenende ist vorbei. Letzte Arbeitswoche beginnt. Fünf Tage noch. Viereinhalb vielleicht, weil ich am Freitag schon um 15, nee, 15 um 13 Uhr noch, was mit dem Zug nach Rügen fahre. Ja, was gibt's zu erzählen? Ich mach meine Urlaubsübergabe. Ich werd mich von meinen Kolleginnen und Kollegen verabschieden in dem Kreis, in dem wir dieses Jahr und die letzten zwei Jahre auch waren, sind wir ja ab nächstem Jahr nicht mehr. Da werden die Teams neu sortiert und nur zwei von den mittlerweile 16 KollegInnen werde ich im neuen Team wiederfinden und die anderen verteilen sich alle auf andere Bereiche. Mein Chef wechselt den Fachbereich, meine Chefin wechselt den Fachbereich. Da sortiert sich zum Beginn nächsten Jahres alles ein bisschen anders, ja. Ja, aber ich bin guter Dinge. Ich bin mal gespannt, ob ich diese Woche noch was höre von meinem Brillengutschein. Ich hoffe es zumindest. Ich habe letzte Woche die Augenarzt-Brillen-Niseehilfin-Verordnung an meine Personalabteilung geschickt. Ich habe denen auch geschrieben, dass ich Anfang des Jahres beim Betriebsarzt war und die Meinungen da ein Stück weit auseinander gehen und ich da Hilfe brauche oder sagen wir mal so Unterstützung. Und ich hoffe, dass ich die auch durch meinen Arbeitgeber dann erfahren werde. Wenn nicht, muss ich mir die Brille wohl so holen, aber mit einem Gutschein wäre das natürlich auch schön. Ja, am Wochenende war gut, war viel gestreamt, wenig gebacken. Ich habe ja am Freitag ein bisschen noch gebacken und am Samstag schokoladisiert. Wir haben jetzt 36 Dosen mit normalen Keksen, sage ich mal, und 8 Dosen mit veganen Plätzchen. Und ja, eigentlich wollte ich am Samstag alle Pakete fertig machen. Das Problem ist aber, dass die Versandkartons, die über die PD kommen sollten, am Samstag nicht zugestellt wurden. Die standen den ganzen Samstag irgendwo da am Hackerdamm in ihrem Lager und wurden nicht ausgeliefert. Ich hoffe, dass das dann heute passiert, da ist bestimmt ein Fahrer ausgefallen. Und ja, gucken wir mal, dass das die Woche noch kommt. Aber ich sage es nochmal, alle, die bei Twitch jetzt hier auf ein Paket von mir warten, das kommt noch. Aber es kommt dieses Jahr deutlich später als sonst. Sonst habe ich es, glaube ich, immer im November schon verschickt. Dann war es Anfang Dezember oder Mitte Dezember da. Wenn jetzt die Pakete heute kommen, dann kann ich schon mal am Mittwoch ein paar verschicken und vielleicht auch am Freitag noch ein paar zur Post bringen. Das sind halt 20 Pakete, die ich verschicken möchte und das ist ein Stück, ein bisschen was. Da muss ich mal schauen. Eigentlich wollte ich die abholen lassen. Für 3 Euro kannst du irgendwie bis zu 10 Sendungen abholen lassen von zu Hause. Aber das passt alles zeitlich nicht, weil ich auch diese Woche sehr oft nochmal in der Firma bin und am Freitag ja schon um 1 irgendwie mit dem Zug abfahre. Das ist mir auch zu riskant zu sagen, komm Freitag, holt Päckchen und dann kommen die irgendwann um 1 und ich sitze schon am Bahnhof. Also das wäre halt auch kacke. Ja, kriegen wir aber irgendwie hin. Im Zweifelsfall erst nächste Woche am 12. und 13. Aber auch das ist ja noch 10 Tage vor Weihnachten. Wahrscheinlich kommen die Pakete dann irgendwann zum 3. Advent bei euch an. Wir schauen mal. Ja, wie gesagt, letzte Arbeitswoche. Ich gehe gleich ins Büro. Eigentlich wollte ich von zu Hause heute aus arbeiten, weil ich ja morgen und am Donnerstag auch nochmal im Büro bin. Aber ich dachte mir so, ach komm, wisst ihr was, ich habe mal bei den Sendungsverfolgen geguckt, da tut sich noch gar nichts. Dann kannst du auch ins Büro gehen. Da musst du nicht zu Hause sitzen und warten. Jo, soweit von mir. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt einen guten Start in die neue Woche. Ich bin guter Dinge. Ihr bestimmt auch. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund und so. Und wir hören uns morgen wieder beim nächsten täglichen Vlog. Stream gibt es heute natürlich nicht. Es ist Montag. Montags stream ich sehr, sehr selten. Ich glaube noch seltener als Freitag. Aber ja, nee. Morgen wieder. Und morgen gucken wir mal, wie weit wir noch in Pentiment kommen. Wir haben im Grunde diese Woche noch einen Puffer, Zeitpuffer von dreimal drei Stunden. Morgen 17 bis 20, Mittwoch 17 bis 20, Donnerstag 17 bis 20 Uhr. Versuchen wir, das Spiel zu beenden. Ob es uns gelingt, wir werden es sehen. Wir sind mittlerweile im dritten Akt angekommen und sind jetzt als Magdalene Druckerin unterwegs. Haben acht Stunden, glaube ich, fast mit ihr verbracht, oder? Vier oder acht? Ich weiß gar nicht, wann jetzt der Wechsel stattfand. Am Samstag oder am Sonntag erst? Auf jeden Fall haben wir jetzt, glaube ich, über 20 Stunden in dem Spiel. Ich gucke noch mal nach. Wir kommen heute über die sechs Minuten, sehe ich gerade. Naja. Es sei mir verziehen. Pentiment haben wir. 26,4 Stunden, ja. Also wir werden die 30 Stunden Marke auf jeden Fall knacken. Davon bin ich überzeugt. Gut, also jetzt aber. Genug gequatscht. Kommt gut durch die neue Woche. Habt einen schönen Tag. Und wir hören uns morgen beim nächsten täglichen Vlog wieder. Ja. Au revoir. Goodbye. Und auf Wiedersehen. Bis bald. So, wie viele Minuten haben wir? Sechs Minuten, 50 Sekunden. Ja. Kann man mal machen am Montag. Tschüss. 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 P Worst. ίναι. Tschüss. 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 Vielen Dank.